Ja, und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie irgendetwas nachschlagen wollen, wenn Sie nicht genau weiter wissen, dann haben wir für Sie einen Hilfebereich eingelegt. Ich klicke da gerade mal drauf. Und wir haben dann die Möglichkeit, uns dort verschiedene Videos anzusehen. Die typischen FAQs, also die meistgestellten Fragen, haben wir dort für Sie gesammelt. Das, was uns täglich im Support begegnet. Einfach ein Stichwort eingeben und mal schauen, ob Ihr Thema dabei ist. Wenn nicht, steht Ihnen natürlich auch unser Support unter support.xempos.com jederzeit zur Verfügung.